und einen wunderschönen guten bonjour an der sie machen ist hei an mir silo bei dem nächste boss da guck mal wen ist der mal locker in arme drecken wohl der grünen knapschen bei mir hat okay in takst du den sushi hummer das ist der feier wo und was steht wenigstens das auf zeit bleiben ja davon kriegt er da okay okay Okay, I see. Oh du kackvillchen in's the boss. Ah kackvillchen, okay. So brauch ich viel. Ah, fuck off. Oh du kackvillchen, ich hab' die kackvillchen gegrillt. Okay, ähm, so werd ich wahrscheinlich schon noch mehr dauchen. Weißt du, fröhlich, dass Hit-Points en masse zu holen ist. Ja, der Hit-Points leben en masse. Oh, du wohnst hier. Ah, danke. Ah, f*** das. Nee. Du wirst ein dummes Stier halten. Wir gehen jetzt hier überdreifen. Wir wollen 15 Lirven hier rauskommen. Yes. Yes, 15 Lirven. Ole, ole. Okay. Das Gretel wäre noch froh, du Rieber. Das war ein kurzer, schnelles... ...nelle Geiger gewesen. Ja, ich hatte schon... ...und die Feuergruppe... ...und die Feuergruppe... ...und die Feuergruppe... ...und die Feuergruppe... ...und die Zeitung. Sorry. Ich wollte das nicht verwirseln. Die Feuergruppe ist... ...ja. Also hier haben wir die Blange-Jean. Wir tun mal die Feuer... ...wohnen. Wir tun mal das nächste. Ich weiß es nicht. ...ja, aber... ...duk-ha... ...ähm... ...ich hoffe... ...tut ihr Spaß gemacht... ...mit dem... ...mit dem... ...mit dem Mini-Volle Schein. Wir haben es schon gesagt. Ich meine es immer so. Natürlich, dass Leute... ...eben so ein bisschen... ...können immer gucken... ...bekleine Schmankerl holen... ...und ja... ...was ich jetzt... ...viele Spoiler... ...wollen... ...können sich eben... ...vorsche... ...gucken. Aber das fahre definitiv. Es ist schon nicht gerecht... ...und das so schnell geht. Und dann... ...gib ich es schon... ...gesehen mal bei der nächste Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du kannst noch sagen. Tschüssi Kowski... ...und von mir... ...und... 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 ...und...